Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Overwatch-Video. Heute werden wieder Lootboxen geöffnet. Und da noch die Sommerspiele sind, habe ich hier ganze 10 Sommerspiel-Lootboxen am Start, die ich jetzt alle im Video öffnen werde. Und wir fangen gleich an mit der ersten hier. Und da geht's episch gleich los hier mit einem Highlight-Intro von Junkrat. Junkrat, ein Wrestler-Spray für Reinhard oder Ringern. Das nehme ich mal, der gute Ringer. Okay, Highlight-Intro für Junkrat habe ich noch nicht und freue ich mich jetzt schon drüber. Wenn es cool ist, hoffe ich dann auch noch. Ach, das ist so ein Ding. Kugelstoßen. Boom. Okay, die Explosion ist leider nicht mehr drauf. Das ist cool, das ist ein Kugelstoßen, also neues Highlight-Intro aus dem Sommerspiel. Ja, das ist ja noch besser als normales. Komm, schauen wir uns das nochmal an, oder? Kugelstoßen. Alles klar. Und Vorschau, ein Spray für Ganslingers, also für McCree. Okay, doppelt, doppelt. Naja, der Spray als Golfer finde ich jetzt nicht so gut, alles doppelt. Nee, das war eine Kackbox. Oh, blau. Geht leicht weiter. Doppelt, doppelt. Siegerpose für Sanjata. Habe ich aber... Ich habe das Peace-Zeichen von ihm, das behalte ich lieber. Willst du dafür etwa in Ordnung? Den nehme ich mal. Doppelt und doppelt. Naja, viele Doppelte wieder. Aber gut, wenn man weiter voranschreitet, kommt das vor. Episch! Episch! Oh, Highlight-Intro. Nice. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Doppelt. Das finde ich cool. Ich glaube, ich finde, das ist ihr bestes Highlight-Intro, oder? Das nehme ich. Ziemlich stylisch. Auch wenn man mit ihr jetzt nicht so häufig ein Highlight-Intro bekommt. Aber es ist schon möglich. Habe ich schon gesehen. So, sechs Stück noch. Oh Gott, ey. Nope. Langweilig. Schlecht. Blöd. Nächstes. Schnell ist... Schnelle Box durchgearbeitet. Und, und, und... Oh, ein blauer Neun. Ich will mal was Geldes haben im Neun hier. Das ist... Ähm... Für... Mercy. Wie sie die Tracer heilt. Langweilig, aber sonst... Der ist ganz cool für Fahrer, oder? Sieht stylisch aus, wenn nicht. Den nehme ich. Die Raketen... Batterie-Abschuss-Dingens. Vier Stück noch. Komm, gib mal was Gelbes hier. Nein, das ist blau. Da läuft was falsch. Okay. Kaboom! Kaboom-Spruch! Gibt bessere. Guck mal hier, die Symmetra, wie sie am Tanzen ist. Das ist doch nett. Schöner Sprung hier. Siegerpose für Hanso. Und die Spinne. Die hab ich schon. Drei... Drei noch. Naja. Highlight-Intros, die waren schon geil, die beiden. Ich glaub, ähm... Das von Symmetra ist ja das Standard-Ding. Find ich aber ziemlich geil. Aber das Kugelstoßen von... Von Junkrat ist, glaub ich, jetzt bisher das Highlight dieser Folge. Habe ich doppelt, doppelt? Hm. Zwei noch. No, das gibt's doch nicht. Nur ein blaues. Tennisspieler... Junkrat hier. Mäh. Mäh. Okay, Leute, die letzte. Drückt doch mal die Daumen für die letzte. Wenigstens was Episches wäre da mal was drin, oder? Die letzte für heute. Alter, Schwede. Furchtbar. Ich bin der Haken an der Sache. Da hast du recht. Ich verfehle niemals mein Ziel. Das stimmt auch. Außer wenn ich sie spiele. Das war's leider schon. Ach, schade. Null Sommer-Lootboxen. Zehn Stück hatte ich davon nur. Ich hab hier noch die Standard-Dinger, die sieben. Aber die sind noch von vorher. Aber ihr wisst, ich mach immer nur... Ähm, zehn Stück pro Folge auf. So, Helden-Galerie. Schauen wir uns noch mal das Highlight dieser Folge an. Und zwar das Highlight-Intro. Kugelstoßen. Die find ich ganz witzig. Der ist witzig. Yay. Schade, dass da nicht noch doch irgendwie so eine Explosion am Ende kommt, oder? Na gut. So, das waren zehn Sommer-Boxen, die ich geöffnet habe. Wenn es euch gefallen hat, das gerne einen Daumen nach oben da. Und sonst bedanke ich mich fürs Einschalten und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.